Oh, oh, was war denn das? Widerstand. Oh, ich glaube wir haben Königslachs gefunden. Das fühlt sich hart nach König an. Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es an die Südkante von dem Yama. Heute stehen wir hier im Bereich der dreieinhalb Meter. Die Position variiert ein bisschen, deswegen sage ich im Bereich dreieinhalb Meter. Meistens ist es hier oben diese kleine Spitze oder hier diese Rundung, von der aus wir hier die Kante anwerfen, diese Inselkante. Wir sind auch im Bereich relativ viel hin und her gelaufen, deswegen gibt es heute keinen expliziten Spot, sondern eigentlich hier diesen kompletten Strandbereich hin zur Insel, hin neben der Insel und ab und zu auch mal hin neben der anderen Seite der Insel, so dass man halt ein bisschen Variation dazwischen kriegt. Das schon mal zu dem Spot, zu der genaueren Zusammenstellung unseres Setups. Da kann ich euch überraschen. Ach nee, warte mal, es sieht eigentlich gewohnt aus. Tatsächlich habe ich mich nochmal mit dem Slimshot dort unten hingestellt, denn zunächst einmal ist eine frische Woche angebrochen. Und der eine sagt, da ändert sich nie was, der andere sagt, das hat sich auf jeden Fall geändert. Um das jetzt mal kurz für mich persönlich zu überprüfen, bin ich also nach Süden heute mal gepilgert, einfach auch um mal wieder eine neue Richtung sozusagen zu testen. Und das Ganze hier mit der Medium Ultima am Start. Die HSV als Schnuraufnahme-Wunder ist natürlich wieder hier mit am Start. Ich habe heute für 12,8 Kilo geangelt. Das heißt, wir haben uns das Ganze als geflochtene Schnur geholt, damit möglichst viel drauf geht, denn Flechtschnur ist von allen drei Schnüren die dünnste. Und deswegen haben wir sie hier entsprechend verwendet, plus ein zusätzliches Fluorocarbon-Vorfach, das mir damals freundlicherweise der Fox 3D mal zugeschickt hat. Das ist halt hier noch im Fundus. Auch mit 12,3 Kilogramm hier, also nur 500 Gramm Differenz, wird aber dann schlechter von den Fischen als Räubern gesehen. So, insgesamt, wir haben hier übrigens 993 Meter Schnur drauf auf dieser Rolle. Und hier wiederum passen angesichts des Durchmessers hier dieser Schnur 794 Meter. Also mit anderen Worten, der Fisch kann meinetwegen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag schwimmen. Besser wäre allerdings, er schwimmt flussaufwärts, denn flussabwärts haben wir das Strömungsproblem. Und das kann uns Probleme bereiten. Deswegen achtet dabei darauf, immer die Flussrichtung zu kennen. Notfalls nehmt er eine Pose und schmeißt die raus, dann seht ihr ja, wohin es geht. Und lenkt dann den Fisch entsprechend gegen den Strom hoch. Das macht ihn erstens müde und zweitens gibt es euch die Gelegenheit, wenn er da ein Stück hochgewandert ist und dann irgendwann nachlässt und relativ schwer ist in seinem Eigengewicht, mit so kleinem Setup ihn möglichst zeitnah dann auch an den Rand rüber zu ziehen. Denn das kann Probleme bringen, das kann ich aus Erfahrung sagen. So, genug dazu. Wir haben unseren Slimshot, den kennen wir schon, den lieben wir mittlerweile. Viele, die es getestet haben, haben gesagt, boah, ja, ich habe sehr gut gefangen. Wir hatten sogar einen Fall, da wurde eine Trophäe vom normalen wandernden Masu gezogen. Da bin ich ja persönlich sehr stolz drauf gewesen. An der Stelle, Grüße gehen raus an Roman. Ja, und wir haben jetzt hier in dem Fall Berserkuks 2-0 drauf. Also wir sind ein bisschen runtergegangen. Normalerweise angeln wir auf 3-0. In dem alten Video war es zumindest so. Hier sind wir ein bisschen moderater an den Start gegangen und gucken einfach mal, wie sich das so äußert. Da wir die Infos haben, da wir das jetzt wissen, lasst uns einfach mal rein starten. Der Spot wird aufgesucht und dann geht es auch schon los. Viel Spaß dabei. So, wollen wir mal sehen, ob die Nacht schon irgendwas Gescheites hervorbringt. Eine Jig-Führung kriegen wir zustande. Zumindest war es bis gerade eben noch so. Tja, jetzt hängt das alles so ein bisschen von den Fischen ab, die hier unten sitzen, ob die mitmachen. Ansonsten tagsüber, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall ein bisschen was reinkriegen. Oh ja, wir haben was. Cool. Wird wahrscheinlich ein Keter sein, aber just in case, wir gucken mal nach. Ah, ein Seesaibling. Hey, Überraschung. Das ist aber schön. Mit 4 Kilo, der zahlt. Aha. Damit habe ich nicht gerechnet hier an der Stelle. Bin aber sehr froh, dass er dran gegangen ist. Wow. Sag mal, was ist jetzt los? 11.30 Uhr und hier geht's? Was ist denn das? Das waren aber jetzt zwei Luck-Shots hintereinander, du. Ist mal aber bestimmt ein Keter, oder? Na? Äh. Wait. Da ist ein Keter. Sag komisch aus gerade. Sag ganz komisch aus im ersten Moment. Größe. 5 Kilo. Ey. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht für die Nacht. Zweimal hintereinander direkt. Okay. Schön. Nette Überraschung. So. Was bist du? Ah ja. Ne Dolly geworden. Okay. Ein bisschen Kleinkram muss auch dabei sein. Holen wir schnell mal raus. Und der nächste Auswurf. Zeit geht so gar nicht rum, wenn's Nacht ist. Das ist das, was mich früher schon immer so gestört hatte. Dass es so langatmig ist, ne? Und zwar zwischendurch gefangen, aber ihr merkt ja selber, wie die sich das ziehen kann, wenn da einfach schlichtweg nichts beißt. Deswegen, damals, als es Nordmeer dann rausgekommen ist, da hatte man dann Rückzugsort als Spinnangler. Falls mir das dann irgendwann hier mal wieder zu viel wird, dann kann ich notfalls sagen, ey kommt Leute, wir gehen woanders hin. 16 Grad werden's heute. Das ist gut. Das nutzen wir direkt mal aus. Mal gespannt, inwieweit das unsere Fänge dann jetzt beeinflussen wird. Aber ich denke, so langsam dürfen die Bisse dann jetzt auch losgehen. Oh ja, schön. Der erste Einstieg um 4.16 Uhr hier auf den Slimshot, diesmal Südseite. Gucken wir mal rein, was es wird. In der Nacht schon ganz schön Keterlachs gefangen und Seesaibling. Jetzt schauen wir uns mal an, was es hier so tagsüber geben wird. Das sieht auf jeden Fall erst mal Keterlastig aus. Allerdings, ja, doch. Das ist erst mal Keter. Dann fangen wir damit ganz gemäßigt an. Ist auch nicht maßig jetzt leider. Mal gucken. Ich werfe mal so halblang aus. Versuche so zur Mitte hinzutreffen. Ja, so ein bisschen dünnwandig ist das hier schon gerade, oder? Ich schmeiße mal hier schräg hoch. Vielleicht geht da mehr. Ich hatte schon gedacht, das sei ein Biss gewesen. Nicht so ganz. Jetzt haben wir aber was. Jetzt haben wir was da oben. Was sind wir denn? Das ist wieder eine Dollyboarden, sag mal. Ist aber was. Oh, ja. Habe ich so ein bisschen jetzt drauf gewartet auf den Biss. Spannend. Könntest du bitte dranbleiben? Guter Biss. Was haben wir denn da Schönes? Das sieht aber... Oh, oh, oh. Ich glaube, wir haben die nächste Masolax drauf, die Leute. Dieses Mal auf Südseite. Das sieht sehr stark danach aus. Das sieht sehr stark danach aus. Und... Wir haben wieder mal den Masolax erwischt, Leute. Aber 500 Gramm mehr als beim letzten Mal. Sehr schön. Na, hat ja doch nochmal geklappt, Mensch. Ja, dann ab in den Setzkischer damit. Das ist doch mal eine ganz wunderbare Kiste hier. Da stelle ich mich auch gleich nochmal wieder hin. Es hat aber ein bisschen Vorlaufzeit jetzt hier gebraucht, ne? Nachts noch gut gefangen hier. Zweimal danach war echt Flaute-Phase. Und dann direkt Masu-Trophy. Also ein sehr... Ja, wie nenne ich das jetzt am besten? Skurriler Spot. Skurril passt, glaube ich, ganz gut gerade rein. Aber ich denke, das langsame Kurbeln hat es vielleicht gebracht. Wir bleiben da nochmal ein bisschen dran. Vertiefen das nochmal ein bisschen. Mal schauen. Na, machen wir weiter. Dieses Mal gibt es nochmal Masu-Lachs mit 786 Gramm. Okay. Vielleicht mögen die es gerade, dass ich langsam einkurbel. Ich weiß es nicht. Rotlachs mit 1,4 ist auch sehr schön. Ja, so langsam taut es, glaube ich, auf, ne? 8 Uhr jetzt. Bisschen langsamer gekurbelt und sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall. Nächster Masu mit 2,8. Läuft nicht schlecht, ne? Bisher. Aber was sich halt drastisch variiert hat, ist erstens der Spot, zweitens die Einkurbelgeschwindigkeit auf 17. Vorher immer so schnell unterwegs gewesen und jetzt hier so nach und nach kristallisiert sich heraus. Da geht es auch anders zu. Tja, das ist jetzt schwierig. Es ist wirklich schwierig, gerade zu sagen, was jetzt hier mit dem Köder los ist. Auf der einen Seite fängt er richtig gut, dann fängt er haufenweise Kleinkram. Jetzt fängt er gerade gar nichts. Schwierig, aber mit dem Konstanteinholen, da sind wir bisher noch am besten gefahren, muss ich sagen. Ich versuche es mal auf 13. Ich gehe ganz runter. Wir machen jetzt mal wirklich Slowmotion. Jawohl. Nächster. Oh ja, eine Esche gibt es diesmal. Die hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Zumindest nicht in der Größe. Wir hatten noch keine, ne. Das ist jetzt auf 13er Einholgeschwindigkeit. Vielleicht kommt die Esche dadurch auch erst hinterher, wer weiß. Oh, oh. Was war denn das? Widerstand. Oh, ich glaube, wir haben Königslachs gefunden. Das fühlt sich hart nach König an. Mein lieber Scholli. Yo. Ich glaube, ich mache mich schon mal auf den Weg. Mein lieber Scholli. Was habe ich denn hier Will gefunden? Wenn ich das richtig sehe und wir ein bisschen Glück haben, dann schaffe ich es, den da oben in den Kanal rein zu manövrieren mit ein bisschen Glück. Ich will nur mal anmerken, wir haben hier eine Menge Steine vor uns. Ja. Mit Steinen kenne ich mich aus. Oh, ja. So sagt man zumindest. Der ist da schon hoch, ne. Also der Ansatz ist da, ne. Er ist noch nicht maximal oben. Aber wir können das ruhig noch versuchen, ein bisschen auszureizen. Der soll ruhig. Der soll sich ruhig verausgaben da oben in der Seite. Das macht die Sache für mich angenehmer. Das war knapp, glaube ich. Nicht, dass ich dann da zurückgesetzt werde, weil ich ein bisschen ins Wasser rein bin. Das wäre ärgerlich. Ich habe kurz gedacht, ach komm, egal. Versuch es das einfach. So, und jetzt haben wir nämlich eine gute Ausgangssituation hier. Dass wir den nämlich da hochjagen können weiter. Das heißt, wir laufen mit ihm ein bisschen mit. Solange er den Winkel hält und weiter hoch schwimmt, gebe ich ihm gerne den Anteil an Schnur, den er dafür braucht, ja. Dass er einfach da weiter schwimmt. Aber so wie das aussieht, hat er gerade Lust bekommen, den Korridor anders zu beschreiten. Ich versuche ihn da nochmal hochzulotsen. Aber der schwimmt gerade wieder in den offenen Bereich rein. Das ist halt das Risiko, was wir hier tragen, ne. Kann ich jetzt mal bitte gucken, was das da ist? Nicht, dass ich es nicht schon wüsste, aber... Ihr kennt mich, das muss nun mal geklärt sein, ne. Also, das sieht mir stark nach Königslachs aus hier. Der hat eine Rotfärbung drinne. Oh, der hat rotes Leichtkleid, das ist schön. So einen habe ich als PB gefangen bisher. 36 Kilo war mein PB. Und der hatte auch rotes Leichtkleid. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Und kommt gerade auf uns zu hier. Komm mal her, mein Freund. Dich möchte ich gerne mal landen. Guck mal hier. Aha. So kann Königslachs auch aussehen. Ich bin dranbleiben, mein Freund. Und 16 Kilo. Schön. Hat 12 Minuten gedauert. Aber eine schöne, klasse Rotfärbung hier. Guckt mal. Sowas hat man doch gerne, mein Kescher. Ja, klasse. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt 20 Uhr auch schon wieder. Die Zeit rennt maximal. Und der Kescher sagt, so viel Tolles ist, es hat tatsächlich gar nicht rumgekommen hier in der Zeit. Da wir auf den Köder stehen. Der Masutrophie war wirklich klasse. Und hier der. Das heißt, die zwei werden das ganze Gesamtergebnis maßgeblich tragen. Oh. Machen wir noch weiter. Okay, warte. Muss ich mich kurz nochmal konzentrieren. Das fühlt sich aber nicht wie König diesmal an. Na, gibt es da nochmal eine Überraschung jetzt? Was haben wir denn hier Schönes? Macht auf jeden Fall auch gut Druck. Ist nochmal ein Keterlachs. Okay, okay, okay. Okay, okay. Kommen sie her. Auch nochmal 5 Kilo schön mit Haken-Schnabel. Jawohl, ja. Ja, also wie gesagt, viel Kleinkram auch dazwischen. Aber es hat ein paar schöne Peaks auch eingefahren. Jetzt hier auf 13er Einkurbelgeschwindigkeit. Verrückt alles. Und ein Lenok geht auch noch. Ach, wie schön. Jetzt kommen die Fische auf einmal. Da passiert ja noch was. Herrlich. Ja, doch. Will noch, will noch, will noch. Kommt noch was. Sehr gut. Und da. Das ist der perfekte Abschiedsfisch, oder? Das ist der perfekte Abschiedsfisch. Wir enden mit einer Quappe. So. Und auch noch glatte 2 Kilo. Also besser geht's nicht. Leute. Glattes, glatter Abschluss. Also besser geht ein Abschluss nicht, ja? Glatter Abschluss hier an der Stelle mit Quappe 2 Kilo. Herrlich. Perfekt. Ja. Die könnte übrigens auch nochmal eine Überarbeitung gebrauchen. Die sieht auch ein bisschen wie aus Pappmaché aus übrigens. Habe ich das mal erwähnt? Ach, da könnte man tatsächlich nochmal ansetzen hier bei der Quappe, wenn ich so drüber nachdenke. Aber, hey, wir haben eine Quappe, die zahlt. Sehr schön. Vielleicht ist die ja nochmal im Café drinne. Schauen wir mal. Da. Das war jetzt nicht lange vom Reiseweg her. Wir gucken mal ins Café rein. Natürlich ist ausgerechnet heute die Quappe nicht drinnen, ne? Die könnte man noch aufheben über den Tag hinweg. Also meistens kommt da nochmal eine Quappe rein. Ich weiß gar nicht, was für eine Kilogrammzahl die dann hat. Aber da wir nicht so oft Quappe ziehen und sich weiß, dass sie ab und zu drinnen steht, vielleicht lasse ich sie einfach im Inventar drinnen mal gucken. So. Jetzt geht es ans Eingemachte, Leute. Wir gucken in den Fischmarkt rein. Wie gesagt, wenige Fische, die wirklich prägnant sind. Aber dafür eine Trophäe und ein schöner Königslachs am Start. Wir hatten ganz hier unten nochmal einen 4-Kilo-Saibling. Auch in Ordnung. Wir hatten schöne stattliche Keters hier von 5 Kilo dort. Und 5 Kilo hier oben. Eine ostsibirische Esche. Ein paar Masus dazwischen. Die zahlen auch noch, ne? Der Lenok. Aber alles in allem, es wirkt ein bisschen kleinmaßig durch die ganzen Dollys, die dazwischenrum paddeln, ne? Ja, mal gucken. Also, wir schauen es uns auf jeden Fall an. Fischmarkt wird geöffnet. Preise sagen. Wir haben auf jeden Fall einen schönen, fetten Masulachs. Und das Coole ist, ich habe mir einen schon ausgestopft und ans Brett gehangen. Das heißt, der hier kann auf jeden Fall heute mal vertickt werden. Der alleine zahlt für eine Stunde hier 304 Silber. Richtig nice. Königslachs 123 Silber für 16 Kilo. Optisch eine absolute Meisterleistung. Also richtig schönes Laichgleit hier am Start. Sieht toll aus. Masulachs mit 2,8 Kilo für 51 Silber nochmal. Rotlachs mit 28 Silber für 1,4. Und hier unser Seesaibling auch nochmal mit 24 Silber für 4 Kilogramm. Schöne Sache auf jeden Fall. Ein bisschen Kleinkram danach noch. Der mitzahlt, wie gesagt, die Quappe, wenn sie im Café ist. Ich denke, sie zahlt besser als 7 Silber. Insgesamt Fangzeit war 1 Stunde 2. Preislich 671. Nehmen wir mal kurz den Masulachs raus. 367 ist trotzdem ein gutes Ergebnis für eine Stunde da unten auf unserem Slimshot. Also ich sage mal so, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dahin zu gehen und es mal auszuprobieren. Mit 12 Kilo Vorfach macht man auch nichts verkehrt. Durch die HSV hat man eine Menge Schnur, dass man notfalls auch um die Insel rumkommt. Ich denke, den Versuch kann man mal unternehmen. Ich denke, den Versuch kann man auch nicht verkehrt. Das war die Insel rumkommt. Das war die Insel rumkommt. Das war die Insel rumkunft. Untertitelung des ZDF, 2020